ARD Text im Auftrag von Funk Sprichst du noch mit deinen Freunden? Es ist kompliziert. Als wir uns das erste Mal trafen, waren wir ganz andere Menschen. Großvater Eddie? Anthony? Das sind Martha und Bethany. Das ist Spencers Großvater. Freut mich. Morgen. Sorry, wir wollten nicht stören. Ihr stört nicht, er stört. Milo Walker. Habt ihr Spencer gesehen? Er ist im Spiel. Wir müssen ihn holen. Bist du verrückt geworden? Wir haben unsere Figuren noch nicht mehr ausgewählt. Oh, ich fasse diesen Teil. Na gut. Hörst du das? Hä? Hi Spencer. Hä? Was? Wer bist du? Oh mein Gott. Du bist Spencers Großvater. Sind wir in Florida? Und du? Milo Walker. Bin ich gestorben? Und in einen kleinen muskulösen Pfadfinder verwandelt worden? Sind wir tot? Bethany? Nein, nein, nein! Fridge? Ich bin der alte Fettsack. Das darf doch nicht wahr sein! Meine Hüfte fühlt sich super an. Meine Oberschenkel. Deine Oberschenkel. Meine Oberschenkel. Okay. Wir haben einige Probleme. Das Spiel ist kaputt. Das ist also ein Spiel. Ich bin nicht dran. Ich will nicht dran sein. Willkommen in Jumanji. Willkommen in Jumanji. Dieses Abenteuer wird eine noch größere Herausforderung nicht vergessen. Die Zukunft von Jumanji liegt in euren Händen. Ich habe eine wichtige Frage. Wer ist Jumanji? Ist das Barbaras Junge? Wir werden sterben. Wir sind gestorben. Sind wir in der Hölle? Ich wusste es. Oh mein Gott. Das ist das nächste Level. Du musst deine Augen überall haben. Was in drei Teufels Namen? Was ist das denn? Deine Stärken. Deine Schwächen. Beeindruckende Intensität. Ist das blöde Gesicht, das du machst? Hä? Was ist los? Hast du einen Herzinfarkt? Atme! Atme! Seine ganze linke Seite ist gelehnt. Eddie!